Hey Leute und herzlich willkommen, mein Name ist MegaTheGaming und das heißt wieder Zeit für Spielt mit mir und lasst für euch spielen. Wir spielen heute den Stadtbahn Simulator 2013, ja aber auf einer anderen Episode, das ist nämlich der Stadtbahn Simulator Düsseldorf. Dieses Spiel ist erschienen am 13.11.2013 und ich habe mir gedacht, Mensch, den musst du dir kaufen, du hast doch sonst alle Simulatoren. Patrick, ey, wenn du diesen Simulator nicht hast, dann ehrlich. Ja, wir gehen auf Spiel starten und machen schnelles Spiel würde ich sagen und ja, mal gucken. Also, ich will einfach mal euch einfach mal so einen kleinen Einblick in diesen Simulator bringen, nur das Problem jetzt ist, ja, das Problem jetzt ist halt, ich spiele das ganze Ding blind. Warum hat der Junge sich eigentlich nicht vorbereitet? Da frage ich mich eigentlich auch ständig. Muss man nebenbei einen Schluck trinken, ich habe Halsschmerzen. Da kommt die Kälte, die kommt wieder und da kriegt man Halsschmerzen, ist irgendwie klar, ne? Ja, ich bin echt gespannt, wie das Spiel bei euch ankommt und alles. Ja, da ist auch schon unsere kleine süße Tuckerbahn. Und zwar, muss ich mal eben hier was gucken. Es ist auf jeden Fall schon mal Tag. So. Wir spielen hier ein schnelles Spiel. Und ich habe von diesem ganzen Ding hier keine Ahnung. Ich weiß nur, also das Einzige, was ich weiß ist, dass wir hier erstmal einmal die Zündung anmachen müssen und mit rechts hier einiges bedienen können. Und so, haben wir die Zündung angemacht, können wir nach links Licht und alles, ähm, hochlegen. So, Gas gibt man eigentlich mit W, aber dann kommt immer dieses Tütgeräusch. Das heißt, soweit ich weiß, ne, dass wir das nicht betätigen können. So. Was das war, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ich habe hier so ein kleines Heftchen vor mir. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Ich finde das gleich. Ich muss mal eben kurz gucken. Wir müssten den Stromabheber ausfahren. Da fährt er sich gerade aus. Das ist ja schön. So, das ist unsere kleine süße Bahn. Und, ähm, naja, klein aber fein, ne? Mit der bin ich auch schon mal echt gefahren. Also, diese Bahn, die sind echt, im Gegensatz zu uns, bei uns hier in Hannover, ist das gar nichts, Alter. Das ist ja, das ist ja nichts. Ninde. Njada. So, ähm, Sicherheitsschalter umlegen, haben wir getan. Wir haben alles, Kabinenbeleuchtung mache ich auch mal an, man weiß ja nie. Und irgendwas war hier noch zu drücken. War das hier zu drücken oder das hier zu drücken? Könnte ich jetzt Gas geben? Nein, warum auch immer. Äh, so, normal. Ich gucke mal eben kurz. Alte Wunsch, haben wir alles reingemacht. Aber das ist ja echt kompliziert. Ich muss euch echt sagen, ich habe davon echt keine Ahnung. Ja, das Gute ist, ausfahren mit G, den rechten Außenspiegel. Achso, das war ja links. Oh. Die Kollegen wollte ich doch gar nicht anmachen. Aber ich vergesse mal, wie man die wieder ausmacht. Ich hatte, ich habe die, oh. Ich muss, also, was heißt blind. Ich habe das Ding einmal angemacht. So. Konnte. Nicht wieder. So, konnte ja nicht wieder machen, sowas blinkt hier auf. Türenfreigabe. Ach ja, wieder rufen muss ich. Und dann könnte ich eigentlich Gas geben, oder? Ne. Warum auch immer. Ich muss nochmal kurz überlegen, wie geht das denn jetzt nochmal. Also, Fahrstrom einschalten auf D. Ne, warum auch immer. Stromabheber ist es. Und ich kann immer noch kein Gas geben. Ich muss mal kurz überlegen, warum. Also, irgendwas vergesse ich hier immer. Bremse habe ich ja gar nicht gedrückt. Licht war zwei. Das können wir ja mal vorsichtshalber anmachen. Weil wir müssen ja gleich im Untergrund. Ich gucke mal hier eben kurz, ob ich hier irgendwie was vergessen habe. Und dann den Fahrthebel E, R, äh, Sicherheit E. Und welche Taste habe ich jetzt schon wieder vergessen? Ich überlege, ich überlege, ich überlege. Welche Taste habe ich jetzt schon wieder vergessen? Ich weiß. Hier eins war es. Ha! Wo ich noch vorhin geredet habe. Ja, okay. Mit W gibt man dann Gas. Also, ich habe jetzt W zum Beispiel losgelassen. Dann fährt er halt die Geschwindigkeit, die man fahren muss. Und dann fährt man hier in den Bahnhof rein. Und dann kann man auch wieder ganz normal vom Gas gehen. Wir halten jetzt mal hier. So. Dann drückt man N. Das weiß ich. Und dann. Beziehungsweise man drückt J. Und dann macht man die Türen auf. So. Dann gehen die Türen auf. Ich gucke mal eben kurz mit Escape kann man nämlich gucken, wann man abfahren muss. Also Ankunft ist 16.09. Es ist 16.00 Uhr oder 19.00 und 59.00. Das stimmt also alles genau. So. Dann lassen wir jetzt mal die Leute hier rein. die Anzeige, die finde ich natürlich auch klasse gemacht, ne? Da steht ja wirklich U78 Arena Messe Nord Da steht Düsseldorf Hauptbahnhof Naja Stimmt nicht ganz Aber YOLO So, wenn man dann halt abfahren muss Müsste man natürlich wieder die Türen schließen Und das Ganze Das Ganze Aua Das Ganze Geht indem man wieder I drückt Dann drückt man N Dann kann man wieder mit Leertaste ins Cockpit Und dann drückt man wieder W Um zur Abfahrt So, und dann flitzt man hier im Flitzebogen Auf 60 kmh Oder auch mal ein bisschen schneller So, wie ihr gesehen habt Ist hier unten rechts Jetzt gerade eine Lampe aufgeleuchtet Das ist der Haltewunsch Das Gute ist ja Der Simulator ist ja wirklich Getreu nachgemacht Also ich kann hier nicht meckern Ich muss gar Oh, da vorne ist ja schon Halt Gucken Dann kann man wieder J drücken Und I drücken Beziehungsweise jetzt müssen wir ja nur die rechte Tür aufmachen Warum auch immer Kann man ja hier nicht so eine komplette Dings aufmachen Dann muss ich mal eben kurz gucken Türöffner links Türöffner rechts Ist I Ah, ich hab hier was vergessen Ist I So Und jetzt kann man gucken Jetzt fahren hier die Trittstufen auch raus Niedrig Hoch Mittel Difficult So Jetzt kann man natürlich die Leute hier wieder rein und raus lassen Das Ganze hier Man muss wirklich drauf achten, dass die Trittstufen drin sind So Jetzt fahren die Trittstufen rein Wir schließen das Ganze Und Fahren auch wieder ab So, das heißt für uns wieder ins Cockpit rein Nicht zu schnell sein Nicht zu langsam sein Genau passend Wir fahren jetzt auch mal Genau 60 Nächste Station Oder Ja Freilichradplatz 60,5 Ausstieg leg Ausstieg in Fahrtrichtung links Next stop Freilichradplatz Exit link Und hier ist eigentlich so viel Gas Wir fahren hier mal ein bisschen langsamer rein als gerade eben Gerade eben sind wir echt schnell reingefahren Lieber Mando So Und dann Halten wir mal genau vor der Anzeige hier Es fahren natürlich auch noch andere Bahn Muss man sagen Äh, jetzt muss ich die Trittstufe ja natürlich wieder auf hoch stellen Und jetzt kann man mal H drücken Und das mal sich von außen angucken Und dann kann man So machen Oh, ich muss linke Tür öffnen, ne? Wie waren das jetzt nochmal? Was war linke Tür ist T? So Komischerweise geht die hinten hier nie auf Warum auch immer? Aber das ist eigentlich auch eine Tür Direkt hinterm Fahrerhaus Es ist echt geil gemacht Da kann man immer den Fahrer glubschen, was der da macht Ich weiß nicht warum Es fahren in Düsseldorf So hammermäßig geile Bahn Das glaubt ihr gar nicht Ihr müsst ja echt mal hinfahren Also wenn ihr mal irgendwie in der Nähe seid Um nach Düsseldorf zu kommen Oder sowas Steigt einfach ein Und fahrt einfach mal mit der Bahn Da ist auch eine geile Jugendherberge in der Nähe Ich habe jetzt die Straße vergessen Und eine Haltestelle Aber Es war ja schon, ne? So Dann schließen wir mal die Türen Drücken wieder in Und geben wieder Gas Und Weiterfahrt Wir wollen uns ja hier nicht zu lange auffalten Geben bloß nicht wieder zu viel Gas Ich weiß nämlich nicht, wo die nichts erinnern Wow, 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 wow Wow, wow, wow Wow Ausstieg in Fahrtrichtung links Das passiert also, wenn man zu schnell ist Messe Ost, Stockholmer Kirchstraße Also nur mal kurz zu Info an alle Leute da draußen Bitte fahrt nicht mit 60 kmh in der Kurve rein Fahrt lieber geschmeidige 40 kmh Oder so wie ich jetzt im Fall 30 kmh Geht natürlich auch Oder 25 Aber niemals mit 60 kmh da reinfahren Da kommt oben so eine hübsche Warnung Fahren Sie bitte langsamer Wir fahren jetzt auch generell langsamer Weil da vorne schon wieder die Haltestelle ist Ich sag's euch Ich hab mich in dieses Spiel Also in dieser Stadt Düsseldorf so richtig verliebt Es gibt da so schöne Ecken Erst recht die Altstadt Also wenn ihr da mal seid in Düsseldorf Bitte guckt euch die Altstadt an Die ist so wunderschön Das Gute ist auch Sogar in der Woche gehen die Leute da feiern Also wer auf Partylaune ist Und so wie so Langeweile hat Dann kann man mal in der Woche feiern So wir kullern jetzt mal ein bisschen vor Weil ich sehe gerade hier vorne ist eine Ampel So sehe ich jetzt die Ampel besser So Äh T So ich kann jetzt nochmal gucken wie man nochmal den linken Spiegel ausfällt Also linker Spiegel Also linker Spiegel Äh linker Spiegel Steht das Ziel drauf Man kann natürlich auch blinken ne es ist ja nicht hier zu vergessen die Blinker gehen echt aber Ich meine Das soll ich blinken Ich bin ja nicht wie jetzt gerade am Umzi Simulator oder sowas da brauche ich auch nicht blinken Also ich meine da blick ich schon Aber jetzt ein bisschen realistischer rüberkommt Ich könnte jetzt hier auch damit reden Realistischer rüberkommt Äh Könnte ich natürlich auch blinken Aber was hat das für einen Sinn Wo muss man sich hier irgendwie anmelden oder sowas wie beim Umzi Simulator oder Ist Weiß nicht ist das rot oder ist das grün Dann möchte ich weiß nicht Nächste Station Nordpark Aquazo Ausstieg in Fahrtrichtung links Next Stop Nordpark Aquazo Exit Left Jetzt schwör auf Tarzan seine Beleuchtung dass das Exit Left ist Ja in der Zeit kann ich ja mal hier den Spiegel schnell raussuchen Ähm Spiegel Alter war ja auch hier unten irgendwo was ne mit Spiegel Ist hier dauerrot für mich oder wie siehts hier aus Das ist doch rot oder nicht Rechter Außenspiegel Zum Beispiel mit G und V Das wird der linke direkt daneben oder nicht Rechter Außenspiegel Scheibenwischer Linke Außenspiegel F und C F Ah ab Ag Toll Ich dachte die werden irgendwie Okay er mit Spiegel haben sehr schön gemacht und alles ja aber naja nicht man denkt also okay wie ihr merkt hier ist irgendwie dauerrot dann fahren wir mal rüber das könnten sie vielleicht noch ein bisschen verbessern finde ich jetzt her in meiner richtung ich bin da sowieso ein bisschen angepistert auch wenn ich alles mit maus und tastatur mache aber ich weiß nicht